Termine über Termine. Überall haben wir sie mit dabei, auf dem Handy und auf dem Smartphone. Und eigentlich würden wir sie auch gern so einfach wie möglich vereinbaren. Egal ob beim Arzt, beim Friseur, in unserer Bank oder auch mit unseren Kunden. Doch oftmals müssen wir hierfür noch umständlich, zumindestens bei vielem, anrufen und können nicht einfach über die Homepage einen Termin buchen. Wie das funktioniert und wie ihr das einrichten könnt, das schauen wir uns in dieser Folge einmal genauer an. Und zwar vergleichen wir zwei Tools Calendly vs. Microsoft Booking. Seid gespannt, welches für eures Unternehmen vielleicht das passende sein könnte. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominik und wie eingangs schon erwähnt, geht es heute mal wieder um Termine. Wir haben das Thema ja wirklich öfters, doch heute betrachten wir es mal von der anderen Seite, nämlich Termin buchen. Und zwar so einfach wie möglich. Wir haben hierfür zwei Tools verglichen und genauer unter die Lupe genommen. Das eine ist Microsoft Bookings. Dafür gibt es auch eine extra Folge, wo wir das nochmal ganz spezifisch erklären. Die ist schon etwas älter. Und dann Calendly. Und wir möchten die beiden Tools heute einfach mal gegenüberstellen und schauen, welches für welchen Anwendungsfall denn vielleicht das passendere ist. Prinzipiell ist es natürlich immer so, wenn wir einen Termin buchen und da geht es euch hoffentlich genauso wie mir, es soll immer so einfach wie möglich sein. Und anrufen finde ich eigentlich schon fast lästig. Denn da muss ich mir ja auch irgendwie Zeit für nehmen, sprich unterm Tag das machen. Ich kann es nicht abends machen, weil da ja auch die Geschäfte zu haben. Also Arzt, Friseur, Bank und so weiter. Und unter dem Tag, ja, da ist nicht immer die Zeit dafür da. Also für mich optimal, entweder per E-Mail oder noch besser, eine direkte Terminauswahl, die mir dann auf der Homepage da irgendwo zur Verfügung steht. Und ich einfach schauen kann, welche Termine denn frei sind. Bei mir im Kalender vergleichen kann, ob da etwas passt. Und dann einfach das Ganze einbuche. Das hat eigentlich Vorteile für beide. Also sowohl für mich als auch für das Unternehmen oder die Einrichtung, wo ich einen Termin buchen möchte. Denn wir sparen einfach Zeit. Die Arzthelferin muss nicht ans Telefon gehen, kann das einfach einbuchen. Wir haben wirklich wenig Aufwand, um zum Termin zu kommen. Und wir können direkt das Ganze mit unserem Kalender abgleichen, was ich einfach auch immer super wichtig finde. Also einfach da direkt zu sehen, okay, das ist mein Kalender, da habe ich Zeit. Los geht's. Ja, los geht's jetzt auch wirklich. Und zwar, wir schauen uns als erstes Microsoft Bookings nochmal etwas an. Und ihr wisst es, Bookings gehört zur Microsoft Familie. Dementsprechend steht uns Bookings auch, wenn ihr, wie wir, Lizenzierzeit zur Verfügung. Und zwar in den Microsoft 365 Business Standard F1, F3, A3, A5, E3 und E5 Lizenzen. Genauso wie in Microsoft 365 Business Premium. Schaut da gerne auch mal auf der Microsoft-Seite vorbei, wenn ihr Lizenzen vergleichen möchtet. Da ändert sich auch von der Benahmung her immer mal wieder was. Also das ist der aktuelle Stand heute. Und es ist durch die Integration natürlich auch mit unserem Outlook und mit Teams verknüpft. Doch was macht Bookings jetzt eigentlich? Wir können mit Bookings einen sogenannten Buchungskalender erstellen, indem wir Beratungstermine beispielsweise anbieten, die dann direkt über die Homepage gebucht werden können und mit unserem Kalender synchronisiert werden. Das bedeutet, wir haben hier tatsächlich den Anwendungsfall, dass einfach freie Terminslots angezeigt werden und von Besuchern der Website gebucht werden. Wie funktioniert das? Wir legen also unser Bookings-Profil oder den Buchungskalender ein und können dort dann auch individuell für unser Unternehmen verschiedene Dinge eingeben. Also vom Logo bis hin zum Aussehen, der Farben, ein Informationstext und so weiter. Bedeutet ein einheitliches Look and Feel von der Homepage in den Absprung zu Bookings. Wir nutzen das, wie gerade schon angesprochen, für Online-Beratungstermine und haben euch auch den Link für unsere Online-Beratungstermine, diese sind übrigens kostenfrei, in die Shownotes gepackt. Schaut da gerne mal vorbei. Das ist mit Bookings gemacht. Da kriegt ihr auch einen ersten Überblick. Wir können hier mehrere Mitarbeiter hinzufügen. Bedeutet, bei uns Markus und mein Kalender, die sind dort beide verlinkt. Und je nachdem, wer von uns Zeit hat, werden die freien Slots dann auch angezeigt. Also wenn morgen ein Buchungstermin ist, zwischen 15 und 16 Uhr, ich hier aber geblockt bin, dann würde automatisch Markus den Termin bekommen. Wenn beide frei sind, können die Buchenden auch auswählen, zu wem sie denn lieber möchten. Und sobald der Termin gebucht wurde, wurde das bei uns im Kalender eben auch mit eingebucht. Das ist schon wirklich super praktisch. Wir haben wirklich viele Kalender und der Nubu-Kalender ist so unser Führender, wenn man da alles hat und die Termine automatisch mit eingebucht werden. Also ich spreche da auch aus Erfahrung. Das ist echt genial. Das funktioniert richtig gut. Und wir können Microsoft Bookings auch in soziale Medien integrieren, falls man jetzt keine eigene Website hat oder ähnliches. Wir haben das zwar noch nicht getestet, beziehungsweise konnte unser Backoffice hier noch keinen erfolgreichen Test vermelden. Wenn ihr aber Erfahrungen dazu habt, schaut es gerne mal nach. Gebt uns Feedback. Wir freuen uns darüber. Wir bleiben natürlich auch dran an der Sache. Okay, also Bookings bekannt, integriert, direkt an unseren Outlook-Kalender angebunden, super easy zu bedienen, mit professionellem Look & Feel. Okay, kommen wir zu Calendly. Was ist Calendly und welche Möglichkeiten bietet uns Calendly? Es ist ein eigenständiges Unternehmen, also für alle, die aus der Microsoft-Welt kommen, so wie wir. Wir nennen sowas dann Trittanbieter-Tool und wurde 2013 gegründet und ist einfach ein alleinstehendes Tool, mit dem eben auch Termine gebucht und verwaltet werden können. Das Gute an Calendly ist, dadurch, dass es eigenständig ist, könnt ihr das an sehr, sehr viele verschiedene Kalender anknüpfen, wie Google-Kalender, iCall-Kalender, beziehungsweise Apple-Mail-Kalender und so weiter oder auch Zoom. Das Ganze könnt ihr auch mit einer kostenfreien Testversion, beziehungsweise einer Free-Version testen, so rum. Und wenn ihr noch weitere Funktionen braucht, da kommen wir dann gleich dazu, dann beginnen die Preise bei ungefähr 8 Dollar pro Monat. Also da gibt es dann wieder verschiedene Lizenzmodelle natürlich. Von der Erstellung her ist es ähnlich wie Bookings super einfach. Wir haben auch hier die Möglichkeit, unseren Kalender, wie gesagt, Google-Kalender, Outlook- oder iCloud-Kalender einzubinden, um auch hier zu schauen, wann sind freie Zeiten. Und dann wird natürlich auch nochmal abgefragt, welche Zeiten denn generell abgefragt werden sollen und so weiter. Wir haben hier eine kleine Besonderheit und zwar bezüglich der Sprache. Die Standardeinstellungen sind immer auf Englisch. Das muss man, wenn man das abändern möchte, in den Kontoeinstellungen und dem Profil abändern. Und wir haben auch hier nur eine Buchungsvariante. Das bedeutet, wenn ihr verschiedene Themen anbieten wolltet, also mal an unserem Beispiel, wir haben Buchberatungstermine. Das würde auch mit Calendly gehen. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Terminart, vielleicht Schulungstermine oder sowas. Das wäre eine zweite Buchungsvariante dann. Das geht nicht. Also da bräuchte man bei Calendly dann schon wieder eine Vollversion oder eine andere Version mit der Free. Könnt ihr das leider nicht testen. Ansonsten kann man natürlich auch für den Termin selbst viele Einstellungen vornehmen. Wie lange das dauert. Was für ein Typ es ist und, und, und. Und könnt natürlich auch Orte verknüpfen. Beispielsweise dort dann ein Online-Meeting-Link zu Google Meet, Zoom, Teams und so weiter erstellen. Dann wird auch direkt der Link kreiert. Und ihr könnt natürlich auch ein persönliches Meeting vor Ort, wenn es sowas denn gibt, tatsächlich eingeben. Natürlich gibt es die noch für uns zwar manchmal ein bisschen, ja, weit weg, weil wir nicht mehr vor Ort sind. Aber natürlich Friseur, Arzt, Banktermine, all das, was auch noch vor Ort stattfindet. Ganz klar kann dann auch die Adresse mit hinterlegt werden. Genau. Dann werden natürlich auch die Termine veröffentlicht und können gebucht werden. Das ist dann auch für den Besucher wieder ziemlich einfach. Termin auswählen, Informationen eingeben. Und dann wird das direkt auch zu Sona Danke für Ihre Terminbuchungsseite weitergeleitet. Und es ist alles eingegeben. Wir können in unserer Übersicht auch generell schauen, welche Termine denn frei sind, wer was gebucht hat und so weiter. Also das gibt es auch. Und dann, wenn unser Buchungskalender steht, können wir auch den natürlich per Link verteilen, auf unsere Website einbinden oder über Social Media Post und, und, und weitergeben. Das ist also überhaupt kein Problem. Unser Fazit, aus unserer Perspektive ganz klar Microsoft Bookings, aber einfach auch vor allem mit dem Hintergrund, weil es eh lizenziert ist und es super einfach zu handhaben. Es funktioniert, es hat die direkte Anbindung in unseren Outlook-Kalender. Also da macht das einfach Sinn, das zu nutzen. Natürlich, wenn jetzt in eurem Unternehmen noch keine Microsoft-Lizenz genutzt wird, dann ist natürlich auch Calendly eine Option. Denkt aber dran, mit Calendly habt ihr nur ein Tool, das ihr zwar an eurem Kalender anbinden könnt, aber mit Microsoft natürlich die komplette Welt gegebenenfalls mit Teams, Outlook und so weiter. Also da muss man einfach schauen, was ist der Ausgangspunkt, bestehende Lizenz oder wird vielleicht irgendein anderes Tool für die Zusammenarbeit und für das Aufgabenmanagement schon genutzt und man braucht jetzt nur noch ein Buchungstool. Dann könnte natürlich Calendly genauso genutzt werden, es funktioniert. Was die Sprache angeht und wie das dann auch der Buch in D sozusagen sieht, ist Microsoft Bookings vielleicht noch ein bisschen vorne, einfach dadurch, dass wir hier tatsächlich die Möglichkeit haben, die Sprache fest einzustellen. Calendly rutscht hier immer mal wieder auch ins Englische, ist nicht so einfach gegebenenfalls. Und mit dem individuellen Look kann man natürlich Bookings sehr, sehr stark auch an das Unternehmen anpassen, da wirklich ein tolles Look und Feel schaffen, ist in der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch einfach ein bisschen professioneller oder wirkt vielleicht ein bisschen professioneller. Ja, wir würden uns wie immer dafür interessieren, ob auch ihr so ein Online-Buchungstool schon verwendet, vielleicht sogar ein ganz anderes, wie eure Erfahrungen damit sind und freuen uns wie immer über euer Feedback. Wenn ihr Interesse an einem Beratungstermin habt, an einem kostenfreien, dann klickt auf unseren Bookings-Link hier in den Shownotes und dann hören wir uns vielleicht bald persönlich oder in der nächsten Woche in unserem Podcast Nubo Radio. Und bis dahin denkt immerhin, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken!